Spie mit mir Kinder Spielzeug Keine Ahnung Hallo Wir gehen heute zum Wasserski Ja, ich fahre Breakboard Wir wollen uns ja mit Eva, Kathi und Yoshi da treffen Sind die schon unterwegs? Ja, aber wo sind deine Sachen? Die sind im Auto schon Wetter ist aber nicht so gut heute Ich zieh definitiv Neopren an heute Das wird echt mega Mal gucken wie es wird Wir sind echt gespannt Und wir fahren jetzt los Hallo, wir sind jetzt im Auto Der Kahn, der fährt Ja, ich muss mich konzentrieren Nicht während der Fahrt mit dem Fahrer sprechen Ihr kennt's vielleicht aus dem Bus? Macht die Augen zu, eigentlich noch nicht Doch, er kriegt das schon ganz gut hin, die Koordination Wir sind jetzt auf dem Weg zum Wasserski Wir freuen uns schon ziemlich, würde ich sagen Jaaaa Ich freu mich, ein bisschen Ich bin jetzt auf jeden Fall taub Zumindest auf dem linken Ohr Was so vor dir dran war Ja, und das ist echt schön hier Also, noch sind wir nicht da Da kriegt ihr nochmal auf jeden Fall ein Update Wenn wir angekommen sind Wenn auch Yoshi, Kathi und Eva da sind Noch was ganz ganz cooles Willst du das mit der Actionkamera kurz erzählen? Ja, wir haben eine Actionkamera dabei Und wir werden euch mitnehmen auf das Wasser Wenn... Jaaaa Wenn wir unsere ersten Versuche auf dem Brett starten Kahn und ich sind beide schon einmal gefahren Aber das muss nichts heißen Das heißt, es ist schon ein Jahr ungefähr her Und wir werden uns mächtig langpacken Jede Menge Wasser schlucken Und ja, mal sehen wie wir uns anstellen, oder? Schön auf die F*** Ja, genau Das machen wir auf jeden Fall Bis gleich dann Tschüssi Wir sind jetzt angekommen Siehst du mich? Ja Es ist ein bisschen windig Deswegen fliegen meine Haare hier auch durch die Gegend Hallo Hi Und jetzt gucken wir mal, wo Yoshi, Kathi und Eva sind Ich sehe schon mal das Auto von Yoshi Das ist schon mal gut Ja, stimmt Aber die sind alle weg Sind die schon reingegangen? Ja? Sind die schon reingegangen? Ja Oh mein Gott, ich bin voll aufgeregt Das Ding ist kaputt gegangen Nein! Das haben wir gerade neu gefangen Ja, es geht schon wieder alles schief Pass auf, dass kein Auto kommt Hast du geguckt? Ja, es kommt kein Auto Guck mal einfach auf Nehmen sich zu drauf Ach so Ich bin voll nervöschen Karin braucht noch so ein rosanes Kleid Und so ein paar blonde geflochtene Zöpfchen Und dann kann er so durch die Gegend hüpfen So wie du wahrscheinlich Ja, so wie ich muss er aussehen Und dann kann er hier durch die Gegend hüpfen Und kreischen und so Sonst kommt das nicht authentisch Ich laberste Ja Ja Wir suchen jetzt erstmal Wir suchen jetzt erstmal Mach mal den coolen Effekt mit hier Den Vlot-Effekt Die fangen einfach ohne uns an Ja, Kati ist schon da vorne im Wasser Warte, da vorne Da nimmt sie gerade Sie ist die nächste Sie ist die nächste Ihr werdet die jetzt hier im Hintergrund sehen Halt mal drauf, halt Ja Ja Sie ist die nächste Werdet ihr sehen Ich hoffe Noch nicht Aber gleich Gleich geht's los Nein, nehmen wir nur nicht Das dauert noch ein bisschen Dann erzähle ich einfach mal kurz Die haben einfach ohne uns gestartet Die waren schon umgezogen Ja Wir haben uns jetzt schnell umgezogen Da kommt Eva Hallo Da kommt Eva Ich hab schon Schia geholt Da muss ich mir auch noch holen Und ich hab ein bisschen Angst Ja Ich freu mich Oh Entschuldigung Ich hab noch auf Kati Und die nehmen wir auch noch auf Ich hab noch eine So, ein paar Runden haben wir jetzt versucht. Ich komme über die zweite Kurve nicht hinaus, oder Eva? Bei der zweiten Kurve ist immer Schluss bei mir irgendwie. Nina und Kathi sind auf jeden Fall besser drin. Ich werde es noch ein paar Mal versuchen. Ihr habt es schon ein paar Mal gesehen, wie wir da rumgefahren sind. Und vielleicht auch schon ein paar Action-Kamera-Aufnahmen. Wer weiß. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen weiter. Und wir sehen uns gleich dann wieder. Und dann gucken wir mal, wie uns der Tag hier heute gefallen wird. Also mir gefällt ja schon mal sehr Wasser-Ski. Unglaublich viel Fun. Macht es auf jeden Fall auch. Wir sehen uns später. So. 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 Nein, ich mach kurz aufnehmen, ich mach kurz auf. Hast du das abgesprochen? Jetzt gibt er wieder. Was? Was? Wir machen jetzt die übelste Aktion. Boah, die übelste. Also, so heftig, ne? Ich glaube, das ist in der YouTube-Geschichte jetzt. Einmalig. Wird auch, glaube ich, nie wieder passieren. So viel Aktion. Extrem, 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 extrem. Extrem, 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 extrem. Also, so heftig, ne? Wir haben auch hier unsere Action-Camp dabei. Selbstverständlich. Vergiss die ganzen Pranks. Vergiss die ganzen Social Experiments. Vergiss das alles. Vergiss das Climpen von 800-Meter-Gebäuden. Egal, Zunkfood ist auch egal. Alles Baby-Stuff. Schaut euch, zieht euch das jetzt mal rein. Seid ihr bereit? Jetzt kommt die große Action. Bereit? Bereit. Boah, ey, das ist heftig. Braust du dich? Ich weiß es nicht. Das ist echt heftig. Let's go. Ey, das war schon heftig. Ich muss jetzt ein bisschen runterkommen. Vielleicht ein Fruchttiger. So Leute, ein kleines Update von mir. Ich habe, glaube ich, schon den halben See leer getrunken. Ich habe noch nicht genug. Ich werde mich wieder aufs Brett schwingen. Kahn ist auch da. Kahn ist nicht da. Kahn ist nicht da. Aber Eva ist da. Eva ist da, ja. Genau, und wir sehen uns gleich wieder. Das war's bei uns. Hat echt mega viel Spaß gemacht. Ja, fand ich super. Also wenn ihr mal Lust habt auf ein bisschen Action geht auf jeden Fall Wasserski oder Wakeboard fahren. Sehr, sehr fein. Cool. Ich habe es leider nur bis zur zweiten Kurve geschafft. Danach war gar nichts mehr bei mir. Aber ich hatte auch woanders Action. Unsere Zuschauer wissen wo. Du wirst es vielleicht noch sehen. Ich bin gespannt, wo warst du denn? Ja, ich war ja eine Zeit weg, ne? Ja, wo warst du denn? Boah, ich habe so viel Action gehabt, das glaubst du gar nicht. So, Kati ist schon weg. Wir haben uns jetzt auch umgezogen. Und falls ihr weitere Sachen sehen wollt von diesem Wakeboard Wasserski-Event, schaut einfach bei Instagram vorbei. Bei unserem offiziellen Account. Spielen in ihr Kinderspielzeug ganz normal zusammengeschrieben wie der Kanal. Oder gerne auch bei mir. Kahn unterstrich unterstrich xy. Und wenn ihr jetzt fragt, warum xy? Genau deswegen. Leute, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ich natürlich auch. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr weitere solche Vlogs sehen wollt. Und alle Ideen, die ihr dazu habt, natürlich auch in die Kommentare. Ja, gerne, gerne, gerne. Also am besten nur noch Vlogs aufnehmen. Nein, natürlich nicht. Ja. Am besten nur noch Wasserski. Ja. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.